ich bin sofort weggegangen ist echt wahnsinn was die für eine speed drauf haben das ist wahnsinn unglaublich ich bin schon zwei minen gegeben naja einer geht ja noch die minen bringen echt gut was bei ihm oh der hat mal was gutes getroppt was hast du gekriegt eine legendary armor na mensch jetzt muss es doch mal klappen aber ich brauch eine shotgun das haben wir hier oh blauer baron ein rucksack please praise aha was war das denn er hat spikes auf den boden kommen lassen so wie der cyberbus die machen schaden oh die sind halt bis hier hoch gekommen wie du siehst der kurzen distanz konnte ich schlecht ausweichen oh irgendwie habe ich hier leichte lags obwohl er fing ja gut ist ich krieg mit scoreboard hin die lichte was ich gesehen kann ja ja eigentlich da 24 und 32 keine ahnung na jetzt geht es wieder diese movement lexi schon letztes mal einmal hatte weißt du jetzt hau den schuss da raus alter was ist denn das fühlt sich grad alles ein bisschen sehr eigenartig an oh schön das ding wird besser da drüben komisch also komische movement lex hier täglich wieder ein spiel wäre cool weil der ping ist eigentlich top komisch was langs nur so minimal ist das ist ja kein thema aber so stark wie da äh letztes mal einmal was will ich es natürlich nicht haben legendaries willst du doch die gewinnen wünschte und dann zum gewissen teil schon wenn man sie bezwingen kann könnte sie halt schöne sachen drauf nicht die tür anschließen wenn man schon die helft passiert und kam diese scheiß noch mal wenn du da drin bist ein paar überraschungsgeschenke brauchen sie ja auch fühlen sie sich ja nachher ausgeschlossen so ein paar üminen schöne üminen aber nur drei stück ich mach die machen wir die noch dann kann ich dann noch eine mehr hinpacken alter mann da treffe ich nicht was ist mit meinem aim los bestimmt weil ich da wieder fest gehackt bin als das verzogen garantiert ja ich glaube das ist es aber tatsächlich mal wieder gewesen auf allem wie viel schaden wir schon der gekostet hat unglaublich meine schöne legendarie arme an einem pinky verschwunden das fiecher will die loswerden ist dich dein ernst boah junge was denn jetzt los ja dann schieß mal auf die kakos mach kurz einen prozess daraus und alles wird gut komm schieß mal rüber hier komm schieß mal auf die kakos schieß doch mal bitte auf die kakos problem ist der steht direkt hinter der säure der kann sich nicht nur bewegen die kakos müssen gerecht werden der hass auf die fische ist gerade nicht mehr in worte zu beschreiben ne das wollte ich jetzt nicht wollte nachladen ist halt echt durchgepasst das ist tot so meine schöne legendäre arme und so ein schmarrn verbraten ach der scheiß raum ach ach m 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 Ist jetzt ein bisschen kacke, ich brauch die Waffe hier, sonst komm ich da nicht weiter. Hm, hast du nicht die Munition für, ja? Ja, das muss jetzt reichen. Oh, der Karko kommt zurück. Ich wusste doch, dass noch nicht alle waren. Oh, der Karko kommt zurück zum nächsten Mal. Oh, der Karko kommt zurück. Ah, wir müssen uns irgendwie blockieren können. Ja, kannst du halt nicht, weil ihr das später zugeht. Das wird echt Käse, ist das. Oh, den Revenant habe ich tatsächlich schon schaffen gemacht, glaube ich. Ja, den hast du schon mit deiner Assault Rifle angeschossen. Geil. So. Oh Gott. Tutorial. Hier wird mit einer Legendary Armour schnell los. Und mehr. Und es reicht nicht mal, weil die scheiß Waffe alle ist. Ach Mensch ey. Ich hätte tatsächlich noch mehr Munition holen müssen. Wahnsinn. Ich wollte auch nicht 5 Millionen Jahre stehen. Was war das denn? Leck mich am Arsch. Au. Was? Das war die Devastator BFG. Ja, aber wie hat die mich denn erwischt? Oh, lass das mal heben. Ja, ja. Devastator BFG halt. Oh. Na, großes Kino. Oh. Na, großes Kino. Das ist toll jetzt hier. Puh. Und droppen tust du sie natürlich nicht. Ja, Devastator BFG ist natürlich krass. Mies, ja. Ah. Bestimmt ist hier wieder so ein Legend derivierend. Klar. Ist auch. Ich sagte auch. Ich hab schon gesagt. Tja, bei so vielen Fischern ist es auch eine große Waffe. Wahrscheinlichkeit für einen. Ja. WDR mediagroup GmbH-10 We'll be right back. WDR mediagroup GmbH-10 WDR mediagroup GmbH-10 WDR mediagroup GmbH-12 er kann die bestimmt hochgehen lassen was ist denn jetzt? ach mein Gott ach man so unnötig ey alles Gute kommt von unten ne macht ne krasen Granate rein die Ballert ja 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 Entschuldigung war grad schneller hm dann muss ich kurz warten hab nix mehr hab mich derer schon ent erledigt entledigt hm ich brauch trotzdem Munition ich hab nix mehr oh ne Demotec Reifel ist hier noch ich muss da sehen wie nett ich zu dir bin ich will dir nicht alles da lassen ich will ihn Luftpäpester also mal hey ich will ihn Luftpäpester also mal hey Ah, der verpestet alles hier. Ja, der verpestet alles. Oh, Int-Fight mit einem Karko und Revenant. Da müsst gleich wieder ein Backpack kommen, hol dir den mal. Ich hab mir immer die Minigun-Munition mit denen. Weil ich hab immerhin ne Minigun. Ja, das war auch schön. Ich hoffe, die so viel Munition frisst. Oh, ne Barbatos-Kanone hab ich jetzt. Wo ist denn die? Auf der 5, ne? Oh, die ist nice, die ist nice. Okay. Warte, du hier, nimm die Rüstung. Die Rüstung, ja, und dann? Den Schall. Du gehst drin. Warte, mach erstmal die Zombies von der Seite ein bisschen tot, soweit du siehst, noch nicht zu weit rein. Mhm. So, ein paar Weiber waren da. Und jetzt? Jetzt die Linken, die Linken auch noch, oder? Jo, und der könnte aber schon sein, dass sich die Tür dann schließt. Jo, und dann wolltest du den Schalter drücken, oder wie? Ja, ich bin schon bei. Jo, jo, geht wieder auf. Perfekt. Eine Shotgun nehm ich dir. Hast du auch schon ne Shotgun? Ne normale? Hast du ne Shotgun? Ja, ne normale hab ich. Warte, ich geh mir noch eh mal nur mal... Okay, ich geh mir nur mal ein Backpack holen. Ich geh mir nur mal Clips hier holen. Ich sammel mir dann mal die ganzen Shotguns ein. Wenn du die eh schon hast. Jo. Dann erstmal voll an Clips. Kannst dir auch noch ein paar mitnehmen. Nein. Och ne, nicht schon wieder dieser Bug mit der scheiße Mine, ey. Warte, soll ich auch noch ein paar hinlegen? Ja, aber pass auf, ey, dass du sie auf großer Distanz hinlegst. Ja, bugt hier schon wieder, dass sie wieder vorher hochgehen. Oh, das ist aber immer so, weiß ich auch nicht warum. So, ich hab den bisschen verstreut. Das Blöde ist, dass... Das Blöde ist, dass hat mir natürlich wieder 50 Health gekostet, die Scheiße. Ne, warte mal noch. Ich wollte noch mal ein Backpack haben. Also, die kommen doch eh raus. Ja, aber die Revenants, ne? Ich geh mal drücken. Oha. Na gut, dann kann ich die Revenants ja von der anderen Seite anwerfen. Ach, wie? Stimmt. Entschuldigung, die hab ich ganz vergessen. Entschuldigung, die hab ich vergessen. Na, ich verpeste die mal ein bisschen da. Ich verpeste die jetzt. Ich verpeste deren Umwelt. Wie ich das gut finde, dass ich deren Umwelt verpeste. Anscheinend nicht. Da liegt noch eine Minigun. Hast du eine? Ja, ne? Hattest du ja gesagt. So. Gut, dann... Mal ein bisschen Ammunition holen. Ammunition hier. Hab gerade geholt, ja. Weil ich hab auch nicht mehr viel gehabt hier von der Minigun. Okay. Na gut, so schlecht sieht's bei mir jetzt aber auch nicht aus. Ich hatte hier überhaupt nicht geschmeckt. Ich würde töten für'n Raketenwerfer. Ich würde töten für'n Raketenwerfer. Nein, bleib mal ruhig. Hab mir nochmal ein Backpack gegunnt. Ich verpeste mal die Umwelt. Hast du zufällig die Clips liegen lassen? Oder hast du die mit denen noch? So, Umweltverpestung. Ah, das ist noch eine. Das haben wir noch in Famine übergeblieben. So, Back. Back. Was ist mit der Sphäre? Wer will die haben? Gott. Das hört sich an, als wenn ihr... Wenn man die einsammelt, als wenn dir sonst was wieder passiert. Aber es war nur die Sphäre. Dann kannst du die Megasphäre natürlich haben. Wir gucken mal, wie es mit um uns steht. Boah. Äh. Ich holte nochmal ein Backpack. Ja, genau. Ich hab mir gerade schon die Clips geschnappt. Ich glaub, das ist jetzt der beste Rand von uns, oder? Ja, das wird schon. Ja. Oh, dicker Baron. Oh. Oh, der hat richtig Schaden gedrückt. Alter. Gut. Ist er tot? Oh, ich liebe meine Barbar-Toskanon. Oh. Karko-Alarm. Oh, Tür. Mein Gott. Muss die da ausgerechnet dem Benz zugehen, wenn ich da rein will. Leider ja. Zombie-Alarm? Oh. So. Ich wollte erst mal sagen, ich nehm mir jetzt Zeug. Die Megasphäre schon nehmen, wär schon gut, wa? Nehm. Oder warte mal, hatten wir... Warte. Äh, die heben wir noch auf. Ist doch hoffentlich kein Eimer-Schalter, oder? Äh, was, was, wie, wo? Ah, nehm. Egal, ich nehm sie mir jetzt. Aber ja, ich dachte, wir hätten hier noch Lebensenergie nehmen. Ach so. Hm, leider nicht der Fall. So. Bleib jetzt hier, ne? Ach, da unten liegt Norbert. Ach, bin ich doof. Egal. Okay, der Baron ist wieder nicht da. Dann spawnt er später, warum auch immer. Ech, lass mich hoch hier. Ein Schuss. Verpester, ey. Ein, ein, ein Schuss und die beiden Kargussen verpestet. Oh. Uh, Luftverpester, ey. Oh, okay. Vielleicht hätten wir da ein paar Minen hinschmeißen sollen. Für später. Warte, ich, sonst mach jetzt. Ich bin Tiber auch schon. Ich geh mir nur mal nochmal Clips holen. Wenn wir grad eh schon dabei sind, du holst dir nochmal ein Backpack. Auf jeden Fall. Gute Ideen, ne? Hm. So. Ne, falsche Richtung. Hierhin. Du bist mir jetzt blind wieder mal gefolgt. Warum rennst du immer da nach links? Jedes Mal. Ja, ich weiß auch nicht. Oh, man. Links ist so meine Seite. Hm. Hm. Aber wie schnell der Baron gestorben ist von meiner Barbataskanone. Ich finde das phänomenal. Kann man machen, ne? Kann man machen. Oh, die Barbataskanone, das geht's richtig gut. Die ist richtig gut gefüttert. Hast du noch Rüstung, die du dir drin stecken kannst? Ne, ich hab 77er Rüstung, aber nix zum Nachfüllen. Das meinte ich, ja. Okay, kann's losgehen? Denk dran, hinter dir kommen die Inns. Nicht zu knapp. Ja. Hier kommt jetzt erstmal ein Zombie. Achso, stimmt. Ja, dann drück mal noch nicht den Schalter. Die hab ich ganz vergessen. Gut. Kurzer Prozess. So, da kommen sie. Haltet die Fresse, Jungs. Ihr hört grad ein bisschen aufdringlich. Hier ist ne, äh, gefriegt... Alter. Nervt mich doch nicht so, ey. Der Barone auf Hell ist da ein bisschen abflüssen. Der ist dann... Hä? Der denn hier? Alter. Ah, du hast recht. Mit Barone nicht zu, äh, im's nicht zu knapp. Sag ich ja. Warum bin ich da immer rausgelaufen? Boah, das war ein Cyber. Dass du ein bisschen Lebensnergy kriegst. Large-Mate-Kit, ne, also. Aber mehr hat der auch nicht getroppt. Nur ein Large-Mate-Kit. Piu. Piu. Aduken-Sony, ja. Ich geh mir nur mal Clips holen. Ja. Die hätt natürlich auch die Barbatas-Kanone nehmen können, theoretisch, ne? Ja. Hättest du tun können. Aber die Gefrier-Kanone hatte auch ganz gut funktioniert. Ja, na klar. Holt ihr mal nur mal ein Backpack. Vor allem, das war toll, weil du hattest den schön abgelenkt, den Cyber, weil er die ganze Zeit auf dich fokussiert war. Und ich hab ihm die ganze Zeit breitseite mit einer Gefrierwaffe gegeben. Kannst du mal sehen. Das hat auch wunderbar funktioniert, wie du gesehen hast. Ich wollte schon wieder nach links laufen, übrigens. Aufpassen, jetzt geht die... Ach nee, wir haben den Schalter, doch nicht. Wo mussten wir denn jetzt hin? Ich hab mir einen Rucksack geholt. Ja, ich weiß. Hinten ist aber die Tür noch nicht offen. Bin ich gerade schon wieder verwirrt. Den Schalter hattest du doch gedrückt, oder? Ach nee, stimmt ja, du musst ja den Schalter gar nicht drücken. Aufpassen, ich drück jetzt den Schalter. Ach so. Okay, dann... Jetzt müssen wir hier oben. Du, hier oben. Du rennst auch schon wieder falsch. Hä? Hier. Rechts. Ach, jetzt ist das Ding da. Okay. Oh, ich hab ne Spritze bekommen. Oh. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt in die... Na, jetzt wieder zur Mitte. Nee, 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 nee. Da kommst du doch oben wieder raus. Erinnerst du dich bei den Resonaten? Ach, die sind jetzt da, okay. Geht also doch schon los. Oh fuck. Geh raus. Mach das jetzt hier erstmal. Ganz untätig will ich jetzt aber auch nicht sein. Ich lass mich da durch. Ja, ansonsten die scheinen ja momentan auf mich fokussiert zu sein. Da hol dir doch mal an. Da war ich den Lebensmittel hier, ne? Ja, da warte am besten. Ab. Verreckt doch mal. Kein Hilf mehr oder wat? Mein Gott. Darum sah ich ja warte ab. Und da hat er wieder seine ollen Stacheln. Ne, macht das Mistvieh. Ha? Hör doch mal auf mit deinen ollen Stacheln jetzt hier. Warum ist denn hier kein Hilf mehr? Scheiße. Nur ein Ärger. Ich will Hilf haben. Oder du rennst jetzt da schnell durch. Dann musst du aber schnell da wieder runter. Das weißt du. Ah, das ist mir zu riskant. Richtig. Weil dafür bin ich gerade zu niedrig. Ja, darum warte einfach. Mensch, würde mal dieser olle Blaue da rufen. Endlich ist der futsch. Der scheiß Tür nicht mal zugehen würde. Alter, ey. Da lebt noch ein Weil. Ja, da hinten habe ich mich auch noch gar nicht drum gekümmert. Die leben noch alle. Ah, jetzt geht die scheiß Tür mal auf. Das ist das Einzige, was mich nervt. Diese blöde Tür. Sonst wird man keine Probleme haben. Okay, das war der Soul-Reifel-Zombie. Mach du den Rest. Wir haben es fast. Noch vier Stück. Der scheiß Soul-Reifel-Zombie war es. Der hat mich nochmal mitgenommen. Der scheiß. Der da lebt wieder. Dieser scheiße Soul-Reifel-Zombie, weißt du? Der ist es natürlich. Ach, da landete man ja gut. Das hätte man doch machen können. Scheiße. Das meinte ich doch. Wo hast du nie gedacht, Bruder, landest? Ja, irgendwo woanders. In einer schlechteren Position. Da ging es ja noch. Naja, gut, egal jetzt. Pech. Du schließt die Map jetzt eh ab. Es sind ja nur noch drei Stück jetzt. Das wirst du ja jetzt schaffen, denke ich mal. Braucht bloß Munition. Ah, dumm gelaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser scheiß Zombie es echt noch schafft. So ein scheiß Soul-Reifel-Zombie, echt's. Unglaublich. Aber wahr. Aber ihr wollt jetzt auch nicht komplett da nur rumstehen. Was sind denn jetzt noch für Gegner da? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Oh, das ist ja nur so was. Und die machen jetzt alles wieder lebendig. Das war ja jetzt unsauber.